Herzlich willkommen bei H&P Touristik hier in Boltenhagen. Durch das Blau der Ostsee und den vier Kilometer langen weißen Sandstrand präsentiert sich das Ostseebad Boltenhagen. Mit seinem Kurpark und dem gesunden Klima gilt Boltenhagen als besonders familien- und kinderfreundlich. Mitten im Zentrum liegt die Residenz Seestern. Unmittelbar neben dem Kurpark und nur 100 Meter vom Strand entfernt. Die Residenz Seestern ist eine reizvolle Apartmentanlage, die aus vier Häusern besteht. Alle zwei Raumapartments für zwei bis vier Personen verfügen über Sky-Empfang, kostenloses WLAN und einen Balkon. Das Schwimmbad mit Gegenstromanlage kann kostenfrei genutzt werden. Die Residenzen Haftblick und Düne 3 bieten eine weitere Möglichkeit, in Boltenhagen die Seele baumeln zu lassen. Die Ostsee ist Deutschlands längster Badestrand und bekannt für ihr besonderes Klima. Wellness für Körper und Geist stehen hier an erster Stelle. Durch Steilufer eingerahmt ist der weitläufige Sandstrand windgeschützt und daher besonders kinder- und familienfreundlich. Die heutige Seebrücke in Boltenhagen wurde im Jahr 1992 errichtet. Sie ragt 290 Meter in die Ostsee hinein. Ein Vorgängerbau war im Jahr 1911 errichtet und im Winter 1941 durch Eisgang, Wind und Wasser zerstört worden. Es gibt viele Möglichkeiten, das Ostseebad zu erkunden, ob zu Fuß oder mit dem Rad. Zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten laden zum Flanieren ein. Im Restaurant Deichläufer, direkt hinter dem Deich, genießen Sie die Frische der Ostsee. Wie kommt das Schiff in die Buddel? Herzlich willkommen in Boltenhagen. Kommen Sie rein. Wir erklären es Ihnen. Wir können ja nur nicht was mitbringen, das muss dann auch trocken sein. Also sammle ich die Flaschen und habe das dann alles hier und bereite da auch schon ein bisschen was vor, dass wir dann auch gleich loslegen können. Zwei Tage, dann haben die Kinder dann eben so einen kleinen Flachmann, ein kleines Schiffchen drin und können das dann mitnehmen. Die Flasche ist leer, die muss eingerichtet werden, das heißt, das Wasser wird eingeklebt mit Knete. Die Segel einzukleben, macht natürlich auch das Kind selber. Die Masten lassen sich abklappen und geht dann so in die Flasche rein. An den Fäden werden die Masten aufgerichtet und dann ist das Ding da drin. Swing-Golf heißt dieses Vergnügen. Der Schläger hat drei unterschiedliche Seiten zum Schlagen und der Ball ist größer und weicher. Golf für jedermann in einer traumhaften Umgebung direkt am Meer. Unmittelbar an der Steilküste kann man bei auflandigem Wind die Luftakrobaten beobachten. Würden Sie sich das trauen? Dann fliegen Sie mit. Im Tandem. Nach einem langen Tag können Sie nun in Ihrem Apartment entspannen. Hier bei uns in Boltenhagen. Buchen Sie Ihren Urlaub in Boltenhagen. Aber nur mit H&P Touristik.